Und ein Platinum Sword. Und hier haben wir einen Platinum... Oh! Gold... Gold und einen Golden Sword. Was man da machen muss... Dürfte, denke ich, mal... Leicht zu überstehen sein. Hier das Platinum Sword rein. Oh, no, no, no! Lachen mich nicht an. Kick it! Can I kick it? Yes, you can! Oh, ja, jetzt wird's... Jetzt ist es los nicht. Was ist denn geskript? Oh, ne! Ashley, geh weg da! Fuck you! Ah! Werde ich euch gleich erzählen. Das ist gerade ein bisschen hektisch. Da kann ich euch gleich erzählen, warum ich gerade so ausgerastet bin wegen Ashley. Das ist eigentlich normal bei ihr. Schaut's euch an. Gehst du gewählst weg? Du auch? Stay in the center of the line. Okay, das sind noch welche. Nicht mehr. Nur noch... Einer, aber da kommen noch mehr. Ja, ja, ja. Die Bondage-Fans, glaube ich, hier mit den Ketten. Bam! Nein, nein, nein. Wo, 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 wo? Fuck! Fuck! Was? Warum stellst du dich in meine Schussweite rein? Ashley, du verdammte kleine... Du verdammte... ...kleine... ...du... ...ich... ...könnte... ...ich... ...ich... ...ich mach das jetzt einfach noch mal... ...einfach, weil sie mir also auf... ...ich... ...ich hab... ...ich hab... ...Aaah, Ashley! Gut, das ist halt gut. Sorry, das... ...das musste jetzt sein. Boah, Ashley, ey. Okay. Ah, ganz ruhig. Gut. So! Platinums-Sort. Glaubst du? Ich heiz mit ihr. Ich dich... ...und's ganz ehrlich. So, Shotgun. Reload. Mal die TMP-Shot. Ja. Sieht doch eigentlich mal so schlecht aus. Platinums-Sort. Golden-Sort das mal nehmen. Und das Platinums-Sort rein. Und das Golden-Sort, äh, logischerweise... ...dann unten rein. Schon wieder? Habt ihr das gesehen? Stellt sich schon wieder wie eine verd... ...ver... ...ver... ...kleine... ...miese... ...ich verdettigende Spielspaß in meine Zielreichweite rein, ey. Irgendein Krise! Der ist kaputt. Alles klar. Du bist nicht Jeff Hardy, und deswegen kriegst du ihren Kick. Genau, Ashley hinter mich. Auch wenigstens ein... ...ein... ...mal... ...was wichtig. Der kommt von rechts, ich hab's gesehen. Kommt's auch von vorne. Ich bin mal kurz kurz ein bisschen ruhiger... ...da das gerade doch schon ein bisschen hektisch ist. ...und die Bondage-Fans. Dann kommen wir auch wieder voll auf ihre Kosten. Die stehen ja auf Schmerzen, somit hat's... ...ist das sogar ganz nett, was wir gerade gemacht haben. ...ehh... 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 ...take this! Oh ja, Suplex! Yeah! Was? Als ich zum Wrestler... ...bin... ...koll... ...das war... ...sack. Ashley! ...bin du... ...guss. ...aschle... ...ay... ...us... ...aschle... Ja, ah! Was? Ashley... ...aschle... ...ich glaubst du was einfach nicht. Use... ...ashle... ...aschle... 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 Habt ihr das gerade schon wieder gesehen? Sie ist doch einfach wirklich nicht mehr zum Aushalten. Ja, lass dich angucken, lass dich rapen, ey. Unmöglich, ey. Ihr seht, glaub ich, jetzt, was ich... Schon wieder! Schon fucking wieder! Das ist doch... Was ist heute los? Ist das so... Nun beschreib mich halt einfach echt, ey. Du bist... Ich fände keine Worte mehr. Mann, ey. Ey, Schley, du bleibst jetzt hier. So. Ah! Kommt um euch! Ja, da... Will sie wieder her. Pidofall! Ah, dieser Hektik! Tja! Perdo, Perdo! Scheiße! Okay. Ja, 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 ja! Die der... Oh! Diese Dinger... Jetzt kann ich ja nichts mehr erzählen. Die, äh, killen euch in One-Hit. Die killen euch sofort, ja? Ich glaube auch genau das wird passieren, ey. Ich habe Angst. Nein, stopp, 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 stopp! Was ist hier? Wir werden alle hin! Wir werden alle hinunterziehen! Wir werden alle hinunterziehen! Ja, voll... Ja, voll! Ich gehe da unten, ja! Weiß wir was, Ashley? Was ist bei mir? Komm! Komm mit! Komm mit, du bescheid! Ich will ja schon jetzt am 80. Mal hier dieses Obwohl doch, eigentlich will ich ja schön Ich will ja doch drauf gehen sehen Aber ich will ja nicht, dass ihr immer Dasselbe seht, das wäre ja ein bisschen unattraktiv Und das wäre mir nicht gut, wenn wir sind in Niveau 4 Weil ich nur kurz erwähnt habe, wie man ja eindeutig auch sieht Paradebeispiel Ey, warum müsst ihr trotzdem von allen Seiten kommen? Genau, schämt euch mal da stehen Brav So viel zum Thema hier, steht hinten auf der Fassung drauf Die Gegner greifen geschlossen an, haben wir ja gerade sehr gut gesehen Fand ich aber gut von euch So, doch da noch was? Ja Geht doch Ah, na, 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 na Maybe they're also You know Ich schreck Au, Redder Jetzt haben wir's geschafft, ich will jetzt, ich hab mich runterhinten lassen Bestimmt von diesem scheiß Typen, der da gleich kommt Der da unten noch steht Da muss ich gerade noch einen abhauen Nichts zu nah rangehen Ja, mach trotzdem, wenn der Typ ist ein Handpopper und er holt dieses One-Hit-Vier raus Also das Ding, das ich One-Hitted Kick Wir haben was Wundernice So, geht doch Ashley Nee, ich lass mich mal kurz, ich hab mich mal mit Flamen kurz zurück Äh, da Hier natürlich das goldene Sword rein Ja, und oben logischerweise das Platinum Sword Und dann Können wir auch da jetzt schon weitergehen Ops, sorry, wieder geskippt Sorry nochmal Mir war schon so eine Angewohnheit irgendwie Genauso wie normalerweise es eine Angewohnheit ist, ich hier auf die Zielen und dann normalerweise da zu drücken, aber gut Lewis Nein, Lewis Lewis Genau Ich habe etwas für Sie Ja Nee, das ist drin So was kann man nicht verlieren, ist angewachsen Was kommt da raus? You've been coughing up blood, right? Yeah And you Yes Dammit The eggs have hatched We don't have much time What are you talking about? I have to go back and get it Let me come with you No You stay here with Leon He's better with the ladies Ladies Why are you It makes me feel better Let's just leave it at that So Ah, Moment Gerade nochmal Muss ich erstmal mit meinem Rechner runterfahren Puh Äh, so, hier lang Müssen wir uns nämlich Wenn ihr übrigens auf Easy spielt, dann ist diese Zücher schon offen Ja It's locked Genau Und deswegen müssen wir natürlich Logisch erstmal den Erstmal, erstmal, erstmal Bis zum nächsten Mal